so mal schauen ob der elf an die kappe machen kann ich denke mal ja habe ich die nicht schon ausprobiert alles klar ich kann mir auch schon denken was wir hier das ist easy ich kann mir auch schon denken was wir hier kriegen freunde was sie mir ganz nach ein bestimmte sache aus was so es geht hier ab alles klar ja ja wenn sie sich offen hätte die laufen das ging ja alles klar die plattform hat immer das geraucht genau wie der affe der affe ärgert mich nicht ich den affen okay das war jetzt meine schuld das gebe ich ehrlich zu dazu stehe ich auch ich kann ich mich daran denken kann ich nicht da kann jetzt reicht es mir mal ich habe keinen bock dass der affe schon wieder so aufstimmen er sterben muss wie in der video da so möchte ich noch ein paar und kann machen aber hör mir zu du hast keinen bock immer da runter zu fallen und in einem boden aufzuklatschen ich habe keinen bock jedes mal hier wieder anzufangen wir müssen als team zusammen arbeiten ok timour gestern von arsch das wird heute expert ich weiß nicht ich finde das auch auch so mit kurzen ist so hier unten der bild weg weiß gar nicht mehr wo überhaupt die plattform ist ich weiß nicht warum aber ich krieg den affen da so gut wie gar nicht runter ja und das elefantenstampfer ich wusste es elefantenstampfer und haben das zusammen so nice dice gut wir haben jetzt den affen sowohl der elefanten auf dem maximum was eigentlich kündigt habe ich nicht mehr das war erst mal die erste machen super seite ein herz für den affen wird freund eigentlich abkürzung doch eine stelle gab es noch für den elefanten das war am anfang dieser wüste der anfang geboren wüsste jetzt hau mal ab hier ich habe kein bock mehr auf euch hier also wirklich geht doch so mal schauen wie dass ich euch das mal ruhe wofür müssen jetzt schon getroffen da hallo ich habe eine vermutung aber wenn das klappt fressen besen das hat doch beinahe geklappt dafür ist doch mit vollspeed durchgeflitzt da hat es noch ein stachelmarschreiber bekommen sehr schön darauf können wir arbeiten moment moment du sollst die runterrutschen du sollst fliegen das ist immer noch das können wir weinen das gewirrwein so pingball pingball kommt da nicht ran wolke ich berühre es doch schon mit meinen haarsträhnen die feuer war mir noch feuer das nichts bringt jawohl das ist ja so dumm da ist wirklich oben wie zum teufel komme ich daran ohne zu sterben die affenkuh bringt da echt nix der affenkuh muss sich da oben festhalten warum ich das nicht fest ok so dann lassen wir mal mit 16 dann überlegen darum ist wahrscheinlich der letzte wo waren jetzt noch welchen wo ich auch hin kann warum macht sie was macht ihr hier lasst mich doch wo komme ich jetzt mal mit nerven werfen muss doch immer noch genutzt zu sein ich habe doch jetzt hier den jetzt jetzt mal kjokern affen so ich gehe noch mal zum wald vielleicht war da was da bin ich jetzt da war glaube ich nix die wüste habe ich glaube ich abgeklappert gut dass ich hier einen orientierungsten habe ok die bringen echt hoffen weil es geld die kollegen schnauze spinne sie noch was für den affen ich weiß echt nie was ich aufgeraucht habe ich finde das so mega geil dass ich mich da so durchschießen kann ich finde das von bombe ich muss immer auf eine andere seite kommen ich war jetzt noch mal dieses scheiß teil man weiß es nicht da 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 auch nicht kannst du affe hier muss es gewesen sein sag mal wo hat das jetzt bitte mein haar gestärkt ich probe mal drei schläge für den typen das wäre jetzt neu ne ach der demonstranten start ja gut den kann ich jetzt platten so und das ist ein job für den affen der fachmann für alles ach so das plattform ich habe es gesehen ich bin cool verdammte scheiße warum baut das jetzt nicht hin das passt gar nicht hier brauche ich feuer und da brauche ich eine erste hilfe und ich bin tot ja nein lass mich in ruhe oh gott verschwindet komm mal hier zu nah es gab da noch irgendwo eine Höhle für mich irgendwo gab es noch eine Höhle die habe ich doch eben noch gesehen hallo speichy ganz im ernst wie ich nehme jetzt gerade mal eine stunde auf und mir kommt schon vor wie eine Ewigkeit weil wir ja auch schon gut was erreicht haben hier ach gott die habe ich ja vollkommen übersehen Domsa Hallo was geht hier ab Job für den Affen man merkt es hier sind meine Togenköpfe das ist ein Job für den Affen naja nein ich brauche Energie ich sterbe hier zu oft eindeutig ey ich komme jetzt hier gerade aus dem Scream gewechselt und du kommst mir schon so friss feuer kann ich das put machen da ne ne kann ich ich mag keine Musik irgendwie so die passt hallo gehst du rein Schonte hallo kann ich hier was essen ah den nachklingenden Geruch von Küchenspritzern nicht wieder weglaufen Bobby Bell komm her mein Junge hey ich habe mir was zu essen haben das wird es eine Küche werden sagt der Hund wenigstwas der Hund der Hund der ist ja äh äh hey ich brauche Energie gib mir Herzen please heute war ein zack mann bei Hilfe hm Freunde 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 zu später Stunde laufe ich ihn rum und ich weiß noch nicht wo ich ein Herz herkriege bei mir ist ein bisschen zu gewagt wenn ich da jetzt äh sterbe und ich im Obergehe habe ich auch keinen Bock und auf die Spinne habe ich auch keinen Bock du verdammtes bist wieder kannst mein Herz droppen Herz bitte das gibt es doch nicht Kerner gibt es schon 10 Hertz hm wo war die Platte? Daumen so ich glaube ich gehe jetzt erstmal zurück zur Stadt hol mir da ein bisschen Energie und dann komme ich nochmal hierher oh warte mal das ist im Dungeon die Fläche Tatsache ha 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 darf er ja früher kommen konnte ich also muss schon sagen also ich finde das Spiel hat schon einen guten Schwierigkeitsgrad da wirst du klein ist ok Affe du weißt was du tun hast heute heute doch da ups 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 du freundchen Ken sing totenköpfe abgerunde kleine ketten das ist für den Affen einfach Alltag der ist schon gewohnt alter was im liegen geraucht hier dafür will ich auch ein bisschen sehr zahle haben ha ja also ich habe mit vielem gerechnet aber nicht mit Kaffee nein flieg und sieg du Affe er hat überlebt er hat überlebt das ist schon gekonverdächtig jetzt nehmen wir zwar alles mit aber er hat überlebt das ist schon wow 2 kommen wir mal in der Sendung ha bin durchgekommen zwei Augen verloren aber ich bin durchgekommen ich mag das nicht dass wir da oben ganz die alte Zeit so war ich jetzt schon im Wald ganz ganz oben geht doch also hier kann man echt gut Geld formen muss ich ja sagen ne aber da will ich doch ganz lang wo ist denn mal die Plattform zurück ja da oben wie komme ich da hoch weißt das jemand sogar zwar wir es sind wir es sind wir da war nix nicht er wer da war nix ich glaube es ist aber nix Ich finde diese Affen-Affen-Abstoßkugel-Dings da, die ist einfach so mega geil, ey. Du hast da mit so'n Speed drauf und du bist so schnell. Was war hier? Der Reporter. Nee. Zweimal an acht Stunden, es läuft. Wenn ich da hochgehe, komm ich denn da mal raus. Affe, 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 Komm, 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 Komm. ja schon bei doofen fleermäuse lass mich in ruhe ich frage euch nicht mit mich nicht gehen wir aus dem weg na gut ihr wollt es nicht anders was so meine freunde ich bin offiziell wie orientierungslos der kaffee maschine kommt zum onkel das ist schon klar wir fahren stammt haben jetzt auch ich habe eine hülle vergessen war aber nicht da beim links oder wo der bürgermeister oder ich hoffe nicht aber die hier aber hier kommt was für den affen sein elefanten sein warum sie kaputt gehen aber ha 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 mag ich immer mal lade ja nice ich komme hier gut voran meine lieben freunde tt 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 so was bin wir hier der kaffee oder wo ich noch was machen konnte habe ich mir sicher und da ist locker ein herz halter hier mit dem haus dann nichts nach schon das hause ich denke mir kann ich auch noch irgendwie schwimmen das sieht so aus eigentlich müsste ich doch hier mit affen jetzt voll abkürzen können oder 2 der erfe der 2 ich habe mich ja gut abkürzen hier hast du die höhle ja die war's ha hab ich sie doch noch gefunden also wenn ich mir nach dem punkt neuntiere müsste ich hier und dann habe ich keine ahnung hier nee da kippe der affe aaaah mann der klettert immer hoch und fällt da wieder runter was soll das warum der elefant komm affi komm affi aaaah das ist scheiße also ich häng mich hier fest ok jetzt kann ich in die wand das ist was neues aber gut und der helft ist auch immer fest toll jetzt brauche ich Energie wo krieg ich Energie ja oh Gott ey es geht schon wieder los mit mir und den Affen es geht schon wieder los freude der Affen mag nicht mehr ich mag nicht mehr NEIN was habe ich gesagt gerade jetzt gehen wir los du pass auf Kollege hier Kollege Schnürschuh ich glaube ich wäre down gewesen schnell zurück zur Stadt da bin ich insichert oh Gott ich hab den Affen mir lieb ey ich hab grad für den Moment Angst gehabt als ich das Wasser berührt habe aaaah ne meine lieben Freunde schönen guten Tag so Itemladen Kollege ich brauche Hilfe ich brauche hoffenweise Tränke lieber ein paar mehr ich bin es also von daher gut mal mit der Anziehung da ist ein Buches Flammen Feuerspucker super pickeball das hört sich schon mal gut an aber weil wir das nur leisten können ist nämlich das ok und das ist jetzt mit was für einem Unterschied oh Streufeuer nice aber warum heißt es Flammenwerfer ist doch einfach nur ein Streufeuer ok auf neues Affe verdammt verdammt ich möchte noch diesen einen Punkt da haben das kann sich nur um Stundenhahn nimm bis ich und erfe meinen einen Eindruck auf den Namen so geht doch sehe ich das gerade richtig ach gucke mal ganz ehrlich dafür finde ich das gerade mega cool guck mal schon Thea die schwimmt aber ihr Haar ist nass seht ihr das guck das ist so hell ja und wenn sie im Wasser war es ist dunkel also es ist wirklich nass das finde ich cool weil wir jetzt gerade so bei Pixels spielen da wird sowas gerne mal weggelassen aber ähm dass sie es doch gemacht haben dass schon Thea's Haare wirklich nass sind wenn sie im Wasser waren ich finde es cool da merkt man nochmal selbst bei so Kleinigkeiten dass sie den Biggers nicht Mühe gegeben haben ok wir geben uns alles auf mühe Affe oh also wirklich für diese Aktion ey das müsste eingetragen werden in den Guinness-Buch-Rekorde ich weiß nicht wie ich diese Landung geschafft habe ich weiß auch nicht wie der Affe es überlebt hat ok je nachdem wie ich gerade gut sich mir angestellt habe mal schauen was jetzt kommt jetzt kann doch alles schlimmer werden so hältst du dich fest? warum hält der sich nicht fest? der rutscht ab und und beginnt den Selbstmord und ob der keinen Bock auf mich hat ich habe mir zu offen ich habe doch schon so viel durchgemacht ich denke an die Zeiten von Half Genie Hero ok vielleicht sollte ich ihn nicht so probieren ihn anzusporn ich habe das Gefühl es bringt es nicht nein die hätten ja ruhig noch einen Block untersetzen können ho ja nein nein warum bin ich hier? warum bin ich hier? ich merke nicht mehr warum das ist doch nicht wahr oh Gott das war schon jetzt besser ok bis jetzt darf es ready to go ok 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 der ist noch ein bisschen schüchtern ok ja 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 tödlich 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 ich dachte ich ist so hoch da kriegen wir bestimmt ein Herz halt daher im gut glauben und dann da 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 oh ups habe ich die Erfen einmal aufgespießt ach ja aber wir haben es geschafft heute wir haben es geschafft der Affe überlebt der Affe überlebt ich auch das ist berühmt naja das Wort überleben kann man sehr weit ausspringen hm der Affe muss wegen mir in Behandlung das weiß ich jetzt schon ach ne das waren so zwei schicksalshafte Begegnungen ich und der Affe die Chemie hat einfach zwischen uns naja nennen wir es gestimmt nennen wir es einfach mal so tja was soll ich dazu noch sagen so meine lieben Freunde ich hoffe euch hat es gefallen im nächsten Part geben wir die ganzen Sachen ab ja wenn ich euch gefallen würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir einen Kommentar da lebt lasst wenn ihr mir vielleicht doch mal oben da lasst und wie von dir ist eigentlich was ich hier schon mit den Affen alles erlebt habe angestellt habe fährt es eigentlich gleich mit mir hier aber ich bedanke mich auf jeden Fall dass ihr bei mir eingeschaltet habt und mir zugeschaut habt ich würde mich sehr freuen wenn ihr im nächsten Part wieder mit dabei seid und bis zum nächsten Mal bis denne ciao